Nice, meine Wahlbenachrichtigung ist da! Da geh ich nicht hin. Äh, wie? Bin im Urlaub. Außerdem, wählen, gehen? Wieso nicht einfach per App? Dann würden viel mehr mitmachen. Das sehen 37% von euch ähnlich. Ein Vorteil wäre zum Beispiel die Barrierefreiheit und zeitlich wäre man auch flexibler. Und was ist mit Sicherheitsbedenken wie Manipulation der Wahlen durch Hacker? Ich will ja für einfach mal ausprobieren. Macht man ja! Die USA zum Beispiel testet wählen per App beim Militär im Ausland. Doch es gibt Sicherheitsbedenken. In Estland ist iVoting sogar schon fester Bestandteil von Wahlen. Neben der Wahl im Wahllokal. Aber auch hier beschäftigt man sich seit Jahren mit dem Thema. Die allergrößte Hürde? Die Bewahrung der Wahlrechtsgrundsätze laut Grundgesetz. So muss zum Beispiel auch das iVoting geheim sein. Digital ist das aber ein Problem. Eine abgegebene Stimme darf keiner Person zugeordnet werden können, aber sie muss trotzdem später nachprüfbar sein. Ein kryptografisches Verfahren könnte das Problem lösen. Das und andere Sicherheitsbedenken werden aber noch diskutiert. Hey, wie wär's mit der Briefwahl? So modern wie die Postkutsche. Aber du bist zeitlich flexibel und kannst die Unterlagen online beantragen. Okay.